Nicht selten sind Patientinnen und Patienten zur Behandlung ihrer Erkrankungen auf die Einnahme mehrerer Arzneimittel angewiesen. Mit Zunahme der Medikamentenanzahl steigt jedoch auch das Risiko von Nebenwirkungen. Für Patientinnen und Patienten ist es wichtig, sich dieser möglichen Risiken bewusst zu sein und ihre Medikamente daraufhin überprüfen zu lassen. Mit dem Wechselwirkungscheck auf apo.com können Sie ganz einfach Ihre Medikamente auf mögliche Neben- und Wechselwirkungen prüfen lassen. So einfach geht das. Rufen Sie den Wechselwirkungscheck auf. Loggen Sie sich bei apo.com ein oder legen Sie ein Kundenkonto an. Im Suchfeld geben Sie alle Medikamente ein, die Sie einnehmen oder einnehmen möchten. Hier können Sie die Namen eingeben oder die Pharmazentralnummer pzn. Diese finden Sie auf dem jeweiligen Medikament unter dem Strichcode. Wählen Sie in der Suchergebnisliste das passende Medikament aus, fügen Sie es hinzu und klicken Sie auf Wechselwirkungscheck ausführen. Der Wechselwirkungscheck prüft, ob mögliche Wechselwirkungen zwischen den Arzneimitteln oder Doppelmedikationen vorliegen. Mögliche Risiken und Hinweise werden je nach Schweregrad schnell und übersichtlich für Sie in farblichen Abstufungen dargestellt. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, bei Fragen mit unserem pharmazeutischen Team zu sprechen. So können Sie sich bei der Medikamenteneinnahme sicher fühlen. Der Wechselwirkungscheck ist schnell, sicher und kostenlos und Sie bekommen Ihre Ergebnisse sofort. Überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht dem Zufall. Nutzen Sie den Wechselwirkungscheck von apo.com für Ihre Medikamente.